Wie ist die Qualitätsentwicklung von Webinaren, Online-Veranstaltungen und Videokonferenzen? oder digitale Anteile von Blended Learning Konzepten sind immer wieder in der Kritik nur als Notbehelf der realen Präsenzveranstaltung gegenüberzustehen. Die Online-Verbindung bringt einige kommunikative Änderungen mit sich, neben häufig genannten Nachteilen, aber auch zahlreiche Vorteile. Es ist heutzutage mehr eine Frage der Formate als der Technik, die inzwischen nahezu die gleichen Möglichkeiten für Online-Formate bereitstellt, die auch in Präsenzveranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Pädagogik und Methodik hinter Online-Veranstaltungen ist in vielen Teilen dieselbe wie in Präsenzveranstaltungen. Das vorliegende Fünf-Punkte-Manual hilft dabei, den eigenen Online-Unterricht bzw. die eigene Webinar-Veranstaltung kriterienorientiert zu entwickeln. Das bedeutet, einzelne Aspekte des eigenen Webinars auszumachen, in ihrer Wirksamkeit einzuschätzen und anhand von etablierten Verfahren, Methoden und Werkzeugen weiterzuentwickeln. Als Leitfaden für das folgende Manual wurden Qualitätskriterien für guten Unterricht und Wirkungsfaktoren für Lernleistungen aus dem Bereich des sichtbaren Lernens in das Lernen mit Online-Veranstaltungen übertragen und um Empfehlungen und Erfahrungen aus der Online-Praxis ergänzt. Der daraus entstandene Kriterienkatalog hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität, bietet aber einen Startpunkt für eigene Experimente mit Webinaren, Homeschooling und Online-Fortbildungen. Zu Beginn des Kriterienkatalogs schauen wir auf die allgemeine Planung von Webinaren, ihre zeitliche Struktur und Phasen, die im Webinar besonders wichtig sind. Die Transparenz, also das Deutlichmachen von Zielen und Hintergründen, umfasst den zweiten Bereich des Katalogs. Mit welchen Methoden aktives Lernen in Online-Veranstaltungen gelingen kann, behandelt der dritte Teil des Katalogs. Ein besonders wesentlicher Punkt zur Entwicklung von Qualitäten ist die Arbeit mit Feedback. Wie die eigenen Webinare mit Rückmeldungen noch besser werden, behandelt Punkt 4. Der letzte Kriterienpunkt behandelt technische Tipps und Hinweise, die das Fundament für ein gelungenes Webinar darstellen. Alle Bereiche haben den Anspruch, die Entwicklung von Qualitäten der eigenen Online-Veranstaltungen kriterienorientiert zu ermöglichen. Viel Spaß damit! Struktur, Zeitplanung und vorbereitete Lernumgebung Am Anfang eines guten Webinars steht ein wenig Planung. Das mag zunächst einen etwas trockenen Eindruck vermitteln. Es geht aber nur darum, sich ein paar Dingen bewusst zu werden und sich in der Vielfalt guter Ideen auf etwas festzulegen. Ein gutes Webinar bzw. eine gute Webinar-Reihe hat eine klare Zeitlinie und eine klare Ziellinie, aus der sich eine strukturierte Lernumgebung ergibt. Auf die Lernumgebung werden wir nach der Klärung von Zeit- und Ziellinie eingehen. Drei Fragen helfen. Welche Ziele möchte ich mit meinem Webinar erreichen? Wie viel Zeit möchte ich aufwenden? Und was erwarten meine Teilnehmer von meinem Webinar? Überlegen Sie zunächst, wie lange ein einzelnes Webinar dauern soll und welche Ziele Sie in dieser Zeit erreichen wollen. Webinare sind üblicherweise 45 Minuten bis anderthalb Stunden lang. Sie orientieren sich damit an den bekannten Schulstunden bzw. Doppelstunden. Ein Webinar in dieser Definition ist daher nicht mit einem vollständigen Seminar, sondern mit einem Unterrichts- oder Seminarblock gleichzusetzen. Längere Webinare erfordern von Ihnen und Ihren Teilnehmern Durchhaltevermögen und sollten im Besonderen aktiv und abwechslungsreich gestaltet sein. Reicht Ihnen ein Webinar für Ihre Ziele nicht aus? Dann planen Sie eine Reihe von Webinaren. Auch die Abwechslung von Präsenz- und Online-Seminaren, Blended Learning genannt, ist sehr beliebt und bietet Vorteile. Eine Auftaktveranstaltung als Präsenz-Seminar, bei der die Teilnehmer mit der Technik vertraut gemacht werden und sich kennenlernen, ist zum Beispiel sehr lohnenswert. Gerade bei der Verlaufsplanung von größeren Inhalten über mehr als drei Online-Veranstaltungen hinweg, kann es sich lohnen, ein Webinar als Puffer am Ende zu planen. Sollten Sie mit Ihrer Zeitplanung im Laufe Ihrer Webinar-Reihe daneben liegen, zum Beispiel weil technische Schwierigkeiten aufgetreten sind oder ein Thema zu größerem Interesse und Diskussion führte, haben Sie so die Möglichkeit, Themen in diesen Freiraum zu schieben, wieder aufzugreifen oder Inhaltsaspekte von den Teilnehmern vertiefen zu lassen. Erwarten Ihre Teilnehmer nur einen kurzen theoretischen Input in Ihrem Webinar oder möchten Sie Ihre Webinare nachhaltiger mit aktiven Arbeitsphasen und Übungen ausstatten? Anhand dieser Fragen entwickelt sich ein Verlaufsplan. Überlegen Sie sich nach einer ersten groben Verlaufsplanung Ihrer Webinarstunden, welche Ziele Sie mit einem einzelnen Webinar verfolgen wollen. Welche Kompetenzen möchten Sie entwickeln? Welche Inhalte und Inputphasen? Welche Inhalte in Arbeitsphasen? Welche Werkzeuge, welche Methoden, welche Medien und wie viel Zeit werden Sie für die einzelnen Phasen benötigen? Planen Sie grob, wie lange diese einzelnen Phasen dauern werden. Ein einfaches Raster kann beim Brainstorming helfen. Denken Sie dabei nicht an eine komplexe Unterrichtsvorbereitung, sondern an eine einfache, skizzenhafte Übersicht, die Ihnen helfen wird, Ihre Veranstaltung nicht zu überfrachten oder zu früh enden zu lassen. Ein solches Raster hilft auch, sich auf einzelne Ziele im Webinar zu konzentrieren. 45 Minuten sind, wie im Beispiel zu sehen, sehr schnell gefüllt. Methoden, Werkzeuge und Arbeitsphasen benötigen Erfahrungen, um eine Zeitplanung vorzunehmen. Diese Erfahrungen werden Sie schnell machen und so ergeben sich im Raster schnell immer wiederkehrende, gut funktionierende Blöcke, die Sie immer wieder verwenden können. Augenmerk sollten Sie besonders auf den Beginn und das Ende des Webinars legen. Der Beginn des Webinars Zu Beginn des Webinars kommt es leicht zu Verzögerungen, wenn Teilnehmer verspätet in den Webinarraum eintreten oder wenn technische Probleme bei den Teilnehmern auftreten. Dem lässt sich einfach vorbauen, wenn Sie circa 10 bis 15 Minuten vor dem Webinar eine Ankunftsphase anbieten, bei der Sie sich im Videochat einfinden und den eintreffenden Teilnehmern für technische Fragen zur Verfügung stehen. Auch für die Beziehungsarbeit in Ihrem Webinar können Sie hier schon viel tun, indem Sie zum Beispiel den Mikrofoncheck in kurze Smalltalks einbinden oder beim Check gleich um eine kurze Vorstellung bitten. Der erste Eindruck ist auch in Webinaren wichtig. Verbessern Sie ihn, indem Sie schon bei der Ankunft der Teilnehmer für eine vorbereitete Umgebung sorgen. Ein leerer Hintergrund und der Chat aus der letzten Veranstaltung wirken sicher wenig professionell. Nutzen Sie also lieber bewusst die Möglichkeiten, ein Hintergrundbild zu Beginn des Webinars einzubinden und schreiben Sie eine freundliche Begrüßung in den Chat, damit Ihre Teilnehmer gut gelaunt im Webinarraum ankommen. Auch das leise Einspielen von Fahrstuhlmusik oder ein kleiner herunterzählender Countdown-Timer können die Ankunftsphase vor einem Webinar auflockern. In diesem Zusammenhang hat sich das Internetangebot Classroom-Screen als nützlich erwiesen. In dem Browser-basierten Angebot können Sie ohne Anmeldung und mit einfachen Schritten Hintergründe hinterlegen, eine Nachricht verfassen, Timer einblenden, Zeichnungen oder Arbeitssymbole verwenden und vieles mehr. Sie haben damit sehr schnell einen fertigen Willkommensbildschirm konfiguriert, wenn Sie Ihren Webbrowser freigeben. Vergessen Sie bei alledem nicht, pünktlich mit dem Webinar anzufangen und verlangen Sie auch von Ihren Teilnehmern, nicht erst ab dem Webinarbeginn in den Raum zu kommen, sondern dann spätestens im Raum zu sein. Das Ende des Webinars Eine klare Zeitlinie bedeutet nicht nur einen klaren Anfang, sondern auch ein klares Ende Ihres Webinars. Niemand mag Veranstaltungen, die sich weit über das geplante Ende hinaus gestalten. Das sollten Sie auch nicht tun. Halten Sie gerade am Ende Ihrer ersten Webinare einige Minuten als Puffer frei. Meistens dauern die geplanten Phasen, gerade wenn sie von Aktivität gekennzeichnet sind, nämlich länger. Diese freien Minuten am Ende können Sie als Rückfragerunde deklarieren, wenn Sie dann doch früher fertig sein sollten. Statt einer Rückfragerunde können Sie an dieser Stelle auch eine andere didaktische Reserve, wie ein Quiz oder einen kleinen zusätzlichen Input bereithalten, denn auch ein zu frühes Ende kann Teilnehmer stören. Durchaus üblich ist es auch, am Ende des Webinars für weitere Fragen zur Verfügung zu stehen. In diese Verlegenheit geraten Sie allerdings erst, wenn Sie diese Interaktion nicht schon in Ihren Zeitplan eingebaut haben. Im Sinne einer klaren Struktur sollten Sie Interaktion im Webinar und nicht danach ermöglichen. Auch das Feedback, also die Rückmeldung der Teilnehmer, wird gerne in eine Zeit nach dem Webinar geschoben. Hier kommt es dann aber häufig zu Ausfällen bei der Teilnahme. Planen Sie also alle Bestandteile Ihres Webinars in das Webinar und nicht danach. Ein ritualisierter Ablauf am Ende Ihrer Veranstaltung hilft Ihnen, das auch praktisch umzusetzen. Ein Zeitwächter, der zum Beispiel zehn Minuten vor Webinarende Meldung macht, kann ebenso helfen wie ein Wecker. Verabschieden Sie die Teilnehmer mit einer freundlichen Anekdote, einem Ausblick oder einer Hausaufgabe für die kommende Veranstaltung. Kommen wir nach dem Vor- und nach dem Webinar und der Zeitplanung des Webinars nun zu einem weiteren ganz wesentlichen strukturellen Aspekt, der aktiven Lernzeit. Zunächst bedeutet ein hoher Anteil an Lernzeit für Webinare, dass Formalien durch eine klare Struktur möglichst wenig Zeit beanspruchen sollten. Setzen Sie die Formalien wie ausgeführt vor und hinter das Webinar oder in die ersten und letzten fünf Minuten der Veranstaltung. Aktive Lernzeit bedeutet aber noch mehr. Ein Webinar, das aus lediglich einer Phase zum Beispiel einem theoretischen Input besteht, läuft nicht nur leichter Gefahr, eintönig zu werden, sondern auch weniger lernwirksam. Allerdings nutzt auch eine vollkommen freigestaltete Arbeitsphase nicht alle Möglichkeiten von Online-Veranstaltungen. Setzen Sie auf einen abwechslungsreichen Mix, also auf sowohl frontalen Input als auch Arbeitsphasen. Wichtig ist in allen Phasen die Aktivierung der Teilnehmer. Wie Sie aktive Vorträge, Lernprodukte und Aufgabenformate dazu entwickeln, wird später genauer dargestellt. Eine vorbereitete Lernumgebung ist ein weiterer Aspekt, der neben der Zeitplanung für zügige Abläufe während des Webinars sorgt. Erstellen Sie Medien wie zum Beispiel PowerPoint oder Keynote als Leitfaden für den Ablauf des Webinars und Materialien für Arbeitsphasen oder Zurückmeldung am Ende des Webinars. Weitere Tipps und Hinweise zu geeigneten Medien und Werkzeugen folgen im späteren Verlauf. Bereiten Sie die benötigten Materialien in einem Ordner oder in einem Blogbeitrag vor. Sie können, wenn Sie ein Cloud-System, zum Beispiel iCloud, G-Drive oder iServe und schulkommen Sie oder eine öffentliche Website nutzen, die Daten damit einfach Ihren Teilnehmern zur Verfügung stellen. Es ist gut, immer ein wenig mehr Materialien zur Differenzierung oder als Reserve vorbereitet zu haben. Skripte mit vorformulierten Arbeitsaufträgen ermöglichen es Ihren Teilnehmern, auch beim plötzlichen Ausfall der Technik weiterzuarbeiten. Achten Sie bei der Veröffentlichung von Daten bitte auf die rechtlichen Grundlagen. Eine sehr etablierte Medienform zur Strukturierung von Webinaren und zur Vermittlung von Inhalten sind Präsentationen. Wenn Sie für Ihr Webinar Präsentationen halten, achten Sie auf einfache Gütekriterien für Ihre Präsentationen. Diese finden Sie auf zahlreichen Internetseiten. Im Wesentlichen zeichnen sich gute Präsentationen durch einen roten Faden, Übersicht, Anschaulichkeit, Bezug aufs Wesentliche, wenig Text, gutes Design, Interaktion mit den Zuhörern und interesseweckende Besonderheiten aus. Üben Sie Ihre so entworfenen Präsentationen mindestens einmal vorab, indem Sie die Präsentation in Ruhe für sich einsprechen. Sie können diese Übung auch digital aufnehmen und sich anhören. Sie bekommen so ein Gespür dafür, ob Ihre eingeplante Zeit in den Inputphasen ausreicht, ob die Informationsdichte angemessen ist und ob Ihre Sprechgeschwindigkeit, Betonung und Lautstärke angemessen sind. Gerade vor wichtigen Vorträgen oder ersten Erfahrungen mit Online-Veranstaltungen kann dieses Üben vorab auch Anspannungen abbauen. Wie auch in Präsenzveranstaltungen sind langatmige oder zu lang eingeplante Präsentationsphasen nicht sinnvoll. Achten Sie online noch stärker auf kurzweilige Lerninputs von nicht mehr als 5 bis 10 Minuten Länge. Nach einem Input in Form einer Präsentation oder eines Videos von Ihnen sollte ein Input bzw. eine Rückmeldung der Teilnehmer dazu erfolgen. Geben Sie zum Beispiel mit Fragen oder Aufgaben in Ihrer Präsentation Anregungen zum Mitdenken und nutzen Sie verschiedene Methoden und aktive Arbeitsformen zwischen den Theorie-Input-Phasen. Technisch steht es Ihnen frei, die Präsentation auf Ihrem Rechner zu starten und den Bildschirm zu übertragen oder die Präsentation auf die Plattform zu laden und dort zu starten. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. Sollten Sie Ihren Bildschirm freigeben, achten Sie darauf, dass keine störenden Programme starten und Ihr Desktop aufgeräumt ist. Sollten Sie die Präsentation auf der Webinar-Plattform starten, prüfen Sie vorab, dass alle Formatierungen richtig dargestellt werden. Nutzen Sie dabei zum Beispiel das PDF-Format für eine weitestgehend sichere Formatierung. Ein dritter Weg kann sein, dass Sie die Präsentation per Link oder sogar eingebunden in einen Blog oder eine Internetseite weitergeben. Die Teilnehmer folgen dann auf Ihrem Browser selbsttätig Ihrer Präsentation. Das war der erste Teil unserer Videoreihe. Planen Sie Ihre Webinare. Besonders Start und Ende der Veranstaltung sind wichtig. Wenn Sie Ihre Planung in einem Verlaufsplan festhalten, auf Pünktlichkeit achten, eine Ankunftsphase für Ihre Teilnehmer einrichten und Ihre Präsentation vorher üben, macht das schon einen großen Unterschied. Ich hoffe, Sie konnten mit den Tipps etwas anfangen und freuen sich, wie ich, auf das nächste Video zum Schwerpunkt Transparenz. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video.